Ja hallo, wir sind hier gemeinsam mit Nana Walzer und Ron Thoma und wir dürfen dich Ron nennen auf dem Buch, über das wir gleich reden. Euer zweites Buch steht nämlich noch Ronald Thoma, aber wir haben schon im Briefing gerade vorher geklärt, dass du gerne Ron genannt werden möchtest, deswegen tun wir das natürlich gerne. Und wir wollen über euer zweites Buch, ich habe es gerade schon gesagt, sprechen, die helle Seite der Macht und für uns beide als Science-Fiction-Nerds natürlich sofort die Assoziation, endlich schreibt mal jemand ein Buch über Jedis. Bei näheren Hinschauen haben wir dann gemerkt, nee, es ist eher eine Fortsetzung, es geht um Führungskräfte, um Führungsverhalten, Führungsstile. Aber vielleicht stellen wir euch nochmal ganz kurz vor, da geben wir euch die Gelegenheit, dass ihr euch selber kurz vorstellt. Nana, du bist Kommunikationswissenschaftlerin, eigentlich müsste ich ja sagen, Frau Dr. Walzer, aber auch das schenken wir uns heute, du bist promoviert. Vielleicht magst du kurz beschreiben, was du außer Bücher schreiben mit Ron Thoma gemeinsam, sonst noch so machst in deinem Leben. Ja, also das meiste mache ich ohne Ron Thoma. Ich habe meine eigene Firma, mein eigenes Unternehmen, Walzer.com genannt, Center für Eingewandte Kommunikation. Ich mache ganz viele verschiedene Dinge, vor allem auch Unternehmens-Trainings, arbeite mit Einzelpersonen, mit Teams, mit ganzen Unternehmen. Und da geht es um Positionierung, Change, Leadership, Beziehungsführung. Dann gibt es eben auch noch eine ganz breite Geschichte, mein Europa-Engagement, da gibt es auch einen Podcast, eine Podcast-Serie, die heißt Europa Gefühlsecht. Und so viele andere Blütenblätter, die sich rund um das Thema Kommunikation ranken, wie eben auch Bücher, die ich schreibe. Und jetzt schon das zweite mit Ron, was mich sehr freut, wunderbare Kooperation. Wir ergänzen einander in unseren Qualitäten ganz hervorragend. Und ich bedanke mich gleich mal zu Beginn. Genau, das ist ganz spannend. Wir haben dich ja bei deiner Europa-Initiativen kennengelernt. Und das ist interessant, wie diese Kommunikationsaspekte, also ich bin selber ja Psychologe, wenig verwunderlich in alle Aspekte des Lebens hineinwirken. Das kommt so in deiner Person natürlich ganz gut durch und in deinem Wirken, dass das so einmal komplett einen roten Faden durchdurchtet. Alles ist Kommunikation. Kommunikation ist Wechselwirkung. Es ist der Austausch mit uns selbst, mit anderen, mit dem großen Ganzen. Genau, und was Kommunikation auch mit einem menschlicheren Europa zu tun hat und wie man das gemeinsam bewirken kann. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Wir kennen ja auch noch Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Aber das wäre ein ganz anderes Thema, über das wir ein anderes Mal reden. Und Ron, du kommst aus der Praxis, so wie ich es seiner Biografie entnehmen konnte. Du bist tatsächlich Unternehmensberater, wenn ich das sage. Ich finde ja, Unternehmensberater klingt mal so meh. Aber du berätst Unternehmen, du machst Führungstrainings, vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu dir. Und du bist ja auch mit mehreren Mitarbeitern und auch in dem einen oder anderen Land außerhalb Österreichs oder Deutschland aktiv. Vielleicht sagst du da auch noch ein paar Worte zu. Okay, gerne, danke. Ja, Praxis ist gut. Ich bin eigentlich Techniker, bin Ingenieur für Elektrotechnik, habe dann an der Wirtschaftsuniversität studiert, habe dort Personal und Führung gemacht, was, und da ich ja deutlich älter bin als ihr, in den 80ern ganz am Beginn aller personalentwicklerischen und ganzheitliches Lernen war. Das war ganz neu, war für mich dadurch extrem spannend. Und habe dann in Personal und Führung studiert an der WU und dann eine psychologische Ausbildung zum Transaktionsanalytiker gemacht, weil dann relativ klar war, Technik und Wirtschaftsunit alleine reicht nicht, um mit Menschen zu arbeiten. Die Psychologie braucht es da auch noch, die Lehre von Menschen. Und so hat das Ganze begonnen. Ich habe dann eine Firma gegründet, die Argo, und seit 25 Jahren mit drei Kollegen, mit drei wunderbaren Menschen, gemeinsam, und wir sind immer noch zusammen, auf das sind wir extrem stolz, nach 25 Jahren, begleiten wir Unternehmen, erfolgreich zu sein, die Menschen in den Organisationen. Also deswegen, Unternehmensberater ist nicht das Beste aller Worte, weil die ja oft nur auf die Hardfacts schauen, wie wir sie nennen, sondern wir beschäftigen uns wirklich sehr zentriert mit den Menschen in Organisationen, Kommunikation, da sind wir beim Thema. Übrigens, ich hatte noch das Glück in Wien in den 90ern, Paul Watzlawich live zu erleben. Also ich habe den großen Meister noch selbst gesehen, konnte mit ihm reden, ja genau, hat mir extrem getaugt damals. Und dieses Thema Kommunikation, Führung, Teams, Zusammenarbeit, aber auch die neuen Ideen dieser agilen Unternehmensführungen und so weiter, das machen wir alles für Firmen aus dem deutschsprachigen Raum, die aber international sind. Und daher mache ich und habe das Glück und wirklich die große Ehre da auch in China, in Singapur, in Amerika, in Brasilien, überall auf diesem Planeten, in ganz Europa mit Führungskräften. Und das ist auch die Basis unseres Buches, des Ersten, aber auch des Zweiten, das da einfließt. Die Erfahrungen mit Hunderten und Tausenden, ich glaube inzwischen sind es Zehntausende Menschen in diesen 25 Jahren, mit denen ich weltweit gearbeitet habe. Also das einfließen zu lassen, die Erfahrungen, die ganzen Entwicklungsfelder und die Chancen, eben mit einem extremen Schwerpunkt auf das Thema Leadership. Also das ist so mein Background und macht extrem viel Spaß. Leider ein bisschen unter dem Lockdown, weil ich nicht reisen kann und weil ich die Menschen nur mehr am Computer sehe. Aber es geht auch das, auch die Digitalisierung haben wir hier ganz gut hingekriegt, dass man auch so, wie wir jetzt reden, auch miteinander arbeiten kann. Und du hast es gerade schon angerissen, ihr habt 2017 schon einmal ein Buch gemeinsam geschrieben, Open Minded Leadership hieß das damals. Und jetzt könnte man ja sagen, jetzt haben zwei Experten aus verschiedenen Richtungen, aber dann doch Experten jeweils in ihrem Gebiet ein Buch über Leadership geschrieben. Dann muss ja eigentlich auch gut sein, dann hat man doch das Thema eigentlich abgearbeitet. Was hat denn dazu geführt, dass ihr gesagt habt, nee, eigentlich müssen wir jetzt noch ein Folgebuch schreiben und dann noch mit so einem prägnanten Titel die helle Seite der Macht. Wie ist es dazu gekommen? Also wenn ich vielleicht ganz kurz beginnen darf. Also für mich hat der Gedanke, ein zweites Buch mit der Nana zu schreiben, neben der tollen Zusammenarbeit, wo das einfach super funktioniert hat, wie wir uns ergänzen, bereits begonnen, und ich weiß nicht, ob du die erinnern kannst, auf unserer Buchpräsentation in Wien. Da waren nämlich plötzlich die Fragen und die dunkle Seite der Macht, die dunkle Triade, kommt nämlich im ersten Buch schon vor, logischerweise, als eine Art Menschen zu führen. Nicht eine optimale, aber eine, die es gibt. Das muss ja gleich nochmal erklären, aber machen wir gleich. Genau, und da haben wir damals in den Gesprächen und in unserer Präsentation und den Fragen, die wir gekriegt haben, sind wir auf dieses Ding ganz massiv angesprochen worden, auch der Nachricht. Und da kam dann relativ rasch der Gedanke, wir sollten uns dort vertiefen, weil das ein Auszug ist. Das erste Buch beschäftigst du mit Führung generell, wie macht es Sinn, wie hilft es weiter, wie ist es hilfreich, wie kann man sich da entwickeln. Aber dieser spezielle Punkt, was tut man, wenn man, und wie geht man damit um, und wie macht man, und gibt es da einen Ausweg, das war sofort da, und es hat eigentlich gar nicht lange gedauert, dass wir angefangen haben, darüber nachzudenken, Konzepte gesammelt haben, Erfahrungen gesammelt haben, und dann war es nur mehr Frage der Zeit, bis es entstanden ist. Mich hat fasziniert also nicht nur das Interesse an der dunklen Seite der Macht, sondern auch die Frage, was wäre denn und was ist das Gegenkonzept, wo gibt es das in der realen Welt, wie kann man das runterbrechen auf eben so drei Merkmale, also die dunkle Triade wird eben von drei Persönlichkeitsmerkmalen gekennzeichnet, auf die wir sicher gleich eingehen werden, und die helle Triade, die wir im Gegenzug oder im Komplementär dazu entwickelt haben, ist ja das, was man sich eigentlich wünscht und was es auch wirklich tatsächlich gibt in der Welt. Man sieht es nur viel weniger, weil das Dunkle viel lauter ist und auch viel mehr auffällt, so wie man das kennt von Nachrichten, das Sensationsgeile, das Negative, das bleibt hängen, aber das Gute in der Welt und das Positive, dieser Resonanzraum, der wird auf das Selbstverständliche hingenommen. Also diesen wirklich hervorzuholen, vor den Vorhang zu holen, das war mir zum Beispiel ein besonderes Anliegen. Zweite Geschichte, wir leben in einer Zeit von permanenter Unsicherheit, und in dieser Zeit haben auch in diesen letzten Jahren, das war eben, wir haben 2017 begonnen, da ist das Buch ausgekommen, das erste Open Mind Leadership und dann danach, da gab es immer wieder Wahlerfolge von rechtspopulistischen Führern, kann man so sagen, so eine Sehnsucht nach dem starken Mann und das Dunkle und dieses wirklich sehr egozentrische etc. hat hier fröhliche Urständ gefeiert und da gerade ist auch bei uns das Bedürfnis aufgetreten, hier diese komplementäre Seite, die Gegenseite ein bisschen zu stärken und hier Raum zu machen, Raum zu schaffen, Resonanzraum zu schaffen für Selbstauseinandersetzung, wenn man es liest, aber eben auch für Trainings, wenn man da mit anderen Leuten arbeitet. Also es ist auch ein gutes Unterlagenbuch. Und ich denke, es gibt so einen schönen Satz zur dunklen Triade, nämlich die dunkle Triade ist nur deswegen so erfolgreich, weil wir es zulassen und wir haben beschlossen, wir wollen es nicht mehr zulassen. Ja, das fand ich auch übrigens am Beginn im Vorwort, glaube ich, das Buch richtet sich an alle, denen es reicht. Also wir wissen alle, was im Moment los ist und was das genau ist und was da für einen Fachbegriff auch es dafür gibt, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber das fand ich sehr, sehr schön, weil wir alle haben, glaube ich, im Moment das Gefühl, das ist so eine gesellschaftliche Entwicklung, da müsste man jetzt wirklich einen Schlusspunkt setzen und sagen, so bis hierhin und nicht weiter und jetzt müssen wir umschwenken. Aber Nana, du hast es gerade schon angesprochen, diese komplexe, unsichere Welt. Das war ein Begriff, diese VUKO-Welt, Führen in einer VUKO-Welt, wo ich als Außenstehende wirklich so das erste Mal gestolpert bin und gedacht habe, so okay, bei dem Begriff bist du noch nie, oder auf den Begriff bist du noch nie gestoßen. Was ist denn das genau? Ja, man sieht es in unserem Untertitel, Erfolgreicher Führen in einer VUKO-Welt. VUKO, es klingt schon so ein bisschen nach VUKI-VUKI, nach verrückt und so ist die Welt auch derzeit. Ich glaube, ich habe gerade auch VUKO und nicht VUKO gesagt. Also man muss es nicht kennen, also im Umfeld, in dem wir uns bewegen, im Leadership ist das eher bekannt, kommt aus dem amerikanischen Raum und hat eine spannende Entstehungsgeschichte, auf die ich jetzt nicht eingehe. Ich sage vielleicht nur, was die einzelnen Worte, die dieses VUKO ausmachen, bedeuten. Wir leben in einer Zeit der Volatilität, der Unsicherheit, der Komplexität und Ambiguität. Und weil das jetzt so hingepfefferte Worte sind, vielleicht noch ein bisschen Erklärung dazu, mit Volatilität ist eine enorme Schwankungsbreite gemeint. Also, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit sich Preise, Aktienkurse, Zinssätze, die Umgebungsbedingungen, Ressourcenverfügbarkeit etc. ändern können. Und je volatiler ein System ist, desto höher ist auch das Risiko. Und unsere Welt ist seit spätestens der Finanzkrise 2007, 2008, Wirtschaftskrise, Migrationskrise, Klimakrise, was wir auch alles für Krisen haben, jetzt natürlich mit Corona, alles ist hochveränderlich. Und diese Instabilität, die ist eine ganz besondere Herausforderung, auch beim Führen und ist dieses immer wieder mit unerwartenden Wendungen konfrontiert sein, das kann jetzt zu großer Unsicherheit führen. Zum einen bei den Geführten, also bei der Bevölkerung, zum anderen aber natürlich auch bei den Entscheiderinnen. Die Vorhersehbarkeit, die Berechenbarkeit von Ergebnissen und Ereignissen, das ist nicht mehr gegeben. Wir leben in der komplexen Welt, da sind wir schon beim dritten Begriff. Alles ist verflochten, vielteilig durch hohe Vernetzung ergeben sich ungeahnte Dynamiken, die schwer zu berechnen sind, die Hintergründe für Probleme sind, vielschichtig, mehrpolig. Es ist alles schwer zu durchschauen. Klare Entscheidungen zu treffen, die im Treff sicher auch noch sind, das kann man kaum mehr. Und damit sind wir schon bei der Ambiguität, dem letzten Begriff, diese gleichwertige Mehrdeutigkeit der Wirklichkeit. Man kann alles aus x verschiedenen Blickwinkeln betrachten, alle haben ihre Berechtigung, man kann daher auch mehrere Lösungswege angehen. Und die Welt ist also nicht mehr schwarz-weiß, wahrscheinlich war sie das noch nie, aber die Eindeutigkeit ist ganz schwierig zu erreichen. Und das bringt ganz spezifische Herausforderungen für Führungskräfte mit sich. Dieses trotzdem klar führen, trotzdem vertrauenswürdig, glaubwürdig führen, authentisch führen, trotz all dieser VUCA-Umstände. So viel mal ein erster Einblick. Würde ich Ihnen sagen, ihr habt ja schon gesagt, im Grunde genommen 2017 schon gedanklich am zweiten Buch dran gewesen an diesem Thema. Der Gedanke, der mir kam, also VUCA ist auch ein Begriff, den ich jetzt erst durch euer Buch kennengelernt habe und habe dann sofort gedacht, naja, das, was wir gerade im Jahr 2020 erlebt haben, die Corona-Pandemie, die ja wahrscheinlich historische Veränderung unserer aktuellen, modernen Gesellschaft, in der wir leben, ist das für euch ein Katalysator, der jetzt nochmal ganz deutlich nach außen zeigt, guck mal, so sieht die VUCA-Welt eigentlich aus. Und jetzt gerade merken wir das alle, dass wir in so einer VUCA-Welt leben. Das konntet ihr ja nicht planen, aber es macht es, glaube ich, nochmal wie so eine Lupe größer, oder? Sehe ich das falsch? Also du sprichst das jetzt an, das ist genau das, was ich auch in meinen Seminaren merke und da arbeite mit den Führungskräften und den Leuten in den Organisationen. Und da gibt es auch eine Sache, die wir immer wieder diskutieren, hätten wir das jetzt noch gebraucht, weil wir ja auch seit Jahren dieses Thema VUCA trainieren im Leadership. Wie gehe ich damit um? Agilität ist eine Waffe, Klarheit, Visionen, Verstehen, was los ist, Transparenz, mit den Leuten drüber reden, sich erklären. Das sind ja viele Methoden, die auch im ersten Buch vorkommen. Aber es ist jetzt eindeutig, dass das eine Spezialform von VUCA ist, das, was wir jetzt erleben. Und vor allem, ich sage immer, die Ambiguität ist der vierte dieser apokalyptischen Reiter und der ist der schlimmste. Mit Ambiguität können wir am wenigsten umgehen. Die Volatilität, die Unsicherheit und die Komplexität, okay, und die haben wir uns schon irgendwie gewöhnt, aber die Ambiguität, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Da ist Corona ganz massiv der Fall. Wir haben keine Ahnung, wir haben sowas noch nie, wir haben es schon mal erlebt, aber nicht wir, nicht unsere Generationen vor 100 Jahren. Aber das hat man damals irgendwie gehandelt und da sind 50 Millionen Menschen gestorben. Also so klarere ich auch nicht wieder. Aber dieses Thema, wie gehen wir damit um, was tun wir, das zeigt jetzt genau, wie wichtig die Leadership und die Dinge sind. Und da sehen wir ja auch die unterschiedlichen Herangehensweisen, zu denen wir auch noch kommen werden wahrscheinlich, der verschiedenen Führenden und zwar auf der politischen Ebene. Das sehen wir sehr, sehr plakativ, aber auch in den Organisationen. Ich habe Beispiele, wo extreme Unterschiede sind, wie Organisationen, große Organisationen, daran reagieren und was das auswirkt, wie die Auswirkungen sind auf die Psyche, auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter in den Organisationen. Da gibt es ja auch Studien, die Gallup machen, die sagen, was sind die wichtigsten Kriterien. Also ja, WUKA war immer da in den letzten Jahren ganz massiv. Wir haben trainiert, wir haben damit das verwendet, wir haben darüber gesprochen, aber dass das jetzt so massiv uns reinfährt mit dieser Pandemie, also das war nicht abzusehen und auch nicht zu wünschen. Aber es ist halt, wie es ist. Und ich denke, es ist auch eine große Lernchance. Wenn man jetzt mal, also ich glaube, wir haben alle schon so ein paar Beispiele im Hinterkopf, wenn wir das jetzt so hören, für Führungspersönlichkeiten, die auf der dunklen Seite der Macht zu verorten sind. Also da schießt einem zwangsläufig Donald Trump zum Beispiel durch den Kopf. Das geht gar nicht anders. Was sind das denn für Merkmale, die eben diese Führungspersönlichkeiten auszeichnen? Und warum zum Henker funktioniert das? Warum haben diese Leute Erfolg? Wenn ich vielleicht mal da gleich anfangen darf, wieder mit der Theorie. Und Ron, du bist dann sicher perfekt in der Praxis. Diese dunkle Triade, von der wir sprechen, diese Persönlichkeitsmerkmale, die haben wir nicht erfunden, das gibt es schon länger. Und das sind drei Personality Traits, Charakter-Abendliche Eigenschaften, die wir an sich alle in uns tragen. Aber manche Leute leben das halt mehr aus, ungebremster aus, beziehungsweise verwenden das auch als Erfolgsmasche. Das ist einmal der Narzissmus, also eine großartige Selbstdarstellung, eine Selbstbeweihräucherung, ein überzogenes Selbstbewusstsein, das auch durch die Stimme, die Sprache, die Körpersprache total ausgedrückt wird. Das kann natürlich begeistern, das kann charismatisch rüberkommen, das kann so wirken, als wüsste da endlich einer, wo es lang geht und ah, der sagt uns, wie alles funktioniert und dem können wir vertrauen. Weil dieses scheinbare Selbstvertrauen, diese scheinbare Authentizität und dieser Eindruck der Großartigkeit eben verwechselt wird, für echte Größe gehalten wird. Ist aber eigentlich ein Akt der Selbstüberhöhung aus einer Minderwertigkeitsempfindung heraus und geht auf Dauer auf Kosten anderer. Diese Menschen würdigen andere nicht. Da passiert eine Herabwürdigung. Das ist nicht ein Begegnen auf Augenhöhe, sondern das ist jemand, der sich immer wieder aufbauen muss auf Kosten anderer. Zweite Geschichte, zweite Personality-Trait-Charaktereigenschaft ist der Machiavellismus. Klingt ein bisschen kompliziert, kommt von Machiavelli. Hier geht es um die Manipulation anderer Menschen. Zum Beispiel das Hernehmen von Gefühlen oder Bedürfnissen anderer Menschen und eben gerade Unsicherheit und Angst gibt hier ganz viel her aktuell. Und dieses gefühlte Bedürfnis nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Orientierung wird hier missbraucht. Hier wird sogar Einfüllung sehr einfühlend argumentiert, mit sehr geschickter Wortwahl und Verhandlungsgeschick auch agiert, sodass diese Art von Kommunikation verwechselt wird mit echter Kompetenz und mit echter Empathie. Das ist ganz schwierig auseinanderzuhalten. Aber letztendlich, Machiavellisten benutzen andere Menschen ihre Bedürfnisse für die eigene Bedürfnisbefriedung, also nur für die eigenen Zwecke. Und dann kommt schon die dritte Persönlichkeitseigenschaft. Das ist die Psychopathie. Die ist sicher die härteste von den dreien. So eine Art Überleichen gehen. Konsequenzen für andere sind völlig egal. Die werden völlig außer Acht gelassen. Das kann auf den ersten Blick eben wirken, wie Entscheidungsstärke, wie Durchsetzungskraft. Aber letztendlich ist es verantwortungslos. Das heißt, hier wird nicht darauf geachtet, was mit anderen, was mit der Nachwelt passiert, was herauskommt. Alles nur für den eigenen Zweck missbraucht. So weit einmal von der eher theoretischen Seite her diese drei dunklen Seiten der Macht. Ja, und der Hintergrund ist natürlich ein sehr leicht zu erklären. In dieser VUCA-Welt, die wir zuerst gerade beschrieben haben, entsteht Unsicherheit und Angst. Und wenn Menschen Angst und Unsicherheit haben, dann sehnen sie sich nach irgendjemandem, der dann sagt, wo es lang geht. Und das ist der Nährboden für das. Wir lassen es zu. Wir finden das sogar toll. Und wenn man uns jetzt diese, da muss man fairerweise dazu sagen, diese Menschen sind nicht a priori böse. Da ist man sehr schnell im Aburteilen und im Schubladisieren. Das ist es nicht. Jeder von uns, der in einem Gewerbe tätig ist, wo es um Aufmerksamkeit nach außen geht, also da nehme ich mich oder vielleicht sogar uns nicht aus, hat Anteile dieser dunklen Triade. Die Frage ist nur, wie hoch. Die Frage nur ist, wie sehr klinken sich die drei gleichzeitig ein. Dann sprechen wir nämlich erst von der dunklen Triade. Denn die Suche nach Anerkennung, okay, also der Narzissmus, dann auch das Ziel rechtfertigt, die Mittel. Gerade in Firmen ist das ja auch, und in der Politik ist ja das auch, eine Kompetenz. Ziele erreichen, dynamisch sein, Durchsetzungsvermögen. Und diese Sehnsucht nach Kontrolle des Psychopathen, auch das ist etwas, was in einer VUCA-Welt Sinn zu machen scheint. Und das tut es auch am Anfang. Das Problem ist nur die Übersteigerung dieser vorklinischen Phänomene. Wir reden nicht von Pathologien, wir reden von vorklinischen Phänomenen, wo diese Dinge sich dann ausprägen und gepaart mit Mangel an Feedback, weil der Psychopath sowieso nicht daran interessiert ist und der Narziss damit nicht leben kann und auch der Machiavelist sagt, es ist mir egal, was andere denken. Ich erreiche meine Ziele. Mangel an Feedback, tragfähigen Beziehungen und, und, und. Alles, was notwendig ist, um zu lernen, wird immer weniger. Und darum hast du junge, dunkle Triaden, die es übrigens politisch auch gibt, vielleicht kommen wir noch zu denen, die man erlebt, die sind natürlich noch weicher, die sind natürlich noch lernfähiger. Und dann gibt es welche, so Trump ist eben das super Beispiel, aber wir brauchen aus Europa keine Steine nach Amerika werfen, mit Boris Johnson beginnend, über Orban, Erdogan, Putin, name it. Da sind mal so die großen Plakative und dahinter gibt es auch in Deutschland und Österreich so die, die kleineren Varianten, die jüngeren Varianten, die weicheren Varianten. Frage, was sind die in fünf Jahren, wenn sie mit der, der Macht ausgestattet werden und wenn sie die Möglichkeit nehmen. Und da ist Corona natürlich, die Pandemie eine Krise, die das nämlich verstärkt. Diese Sehnsucht nach Macht, wir treffen Entscheidungen, wir sagen den Leuten, was geht, von einem Teil gemocht, vom anderen Teil nicht. Und in der Praxis erleben wir das auch im Führungshalltag in Firmen. Du hast Menschen, die machen einen super Job und viele Führungskräfte, wenn ich mit denen über die dunkle Träne rede, sagen, ich würde so jemanden einstellen, wenn ich ehrlich bin. Dann nimmst du eine Frage schon vorweg. Ja, ja, genau. Immer wieder geistern ja auch mal Pressemitteilungen, es gibt ja auch Studien zu dem Thema, also Psychopathie, Skalen, das messen wir Psychologen ja immer gerne in irgendwelchen Skalen, damit wir das irgendwie quantifizieren können. Und es gibt ja immer wieder die Mitteilung, dass so und so viele Prozent und dann relativ hohe Zahlen der Führungskräfte in der Welt hohe Werte auf der Psychopathieskala, je nachdem, welche man benutzt, nimmt. Und da schließt sich meine Frage an, das wissen alle, im Grunde läuft ja alles super. Gut, jetzt Corona macht es alles gerade ein bisschen schwieriger. Aber wer ist denn überhaupt die Zielgruppe des Buches? Also wenn ich erfolgreichen Unternehmen bösartig führe, als dunkler Herrscher, warum sollte ich denn dann sagen, auch, guck mal, hier gibt es ein Buch, da sehe ich dann, dass ich ein dunkler Herrscher bin, muss ich da was ändern? Also wer ist die Zielgruppe des Buches und was ist eigentlich der Benefit davon, auf die helle Seite der Macht zu wechseln? Also wenn ich wieder anfangen darf, es ist nicht so, dass die dunkle Seite der Macht erfolgreicher ist. Das haben auch viele Studien belegt. So ist es nicht. Guter Punkt, ja, muss ja mal gesagt werden. Und das ist die Schwierigkeit. Solche Menschen wirken am Anfang verführerischer, charismatischer, entscheidungsstärker, durchsetzungsfähiger, anziehender. Aber gerade in Zeiten der Krise ist dann relativ schnell sichtbar, und das haben wir auch bei diversen Führenden jetzt gesehen, dass eine wesentliche Komponente fehlt, nämlich das Verantwortungsgefühl. Und all die, die Corona ignoriert haben, denen es egal war, was mit den Menschen passiert, was mit den Gesundheitssystemen passiert, etc., die sind jetzt eigentlich sehr sichtbar als verantwortungslos in der Öffentlichkeit erschienen. Und diverse Wahlergebnisse werden das auch zeigen. Gerade in der Krisenkommunikation gibt es so eine Essenz, das ist Care. Das ist ein Care for people, ein wirkliches sich kümmern, sich sorgen und für andere Menschen da sein. Wir haben auch jede Menge Beispiele für die helle Seite der Macht dann da mitgebracht. Für heute kommen wir hoffentlich noch dazu, wo wir sehen, dass diese Art zu führen nicht nur in Krisenzeiten sinnvoller ist, sondern auch nachhaltiger ist, weil sie Vertrauen aufbaut, weil sie Beziehungen stärkt, etc., etc. Das wäre so mal ein erster Ansatz einer Antwort. Aber wie ist das denn, wenn man jetzt sagt, also es gibt ja im Star-Wars-Fandom diesen schönen Spruch Come to the dark side, we have cookies. Und das zeigt ja auch schon, das hattet ihr ja auch angesprochen, wie verführerisch das Ganze ist. Und Nana, du hast jetzt gerade gesagt, aber bei den Leuten kommt dann schon irgendwann an, dass diese Fürsorge, diese Verantwortung, das Verantwortungsbewusstsein nur vorgespielt ist und das nicht wirklich sich auswirkt. Aber wann kommt das dann bei den Menschen wirklich an? Ist es nicht viel leichter und netter und lauschiger, sich von jemandem führen zu lassen, der überhaupt keine Skrupel hat? Der Punkt, den ich da sehe, ist, ist alle eine Frage ist der Distanz und der Nähe beziehungsweise der Größe. Also da spielt schon alles mit. Wenn ihr jetzt hergeht und euch überlegt und sagt, ich bin der Führer einer Nation, also Trump ist als lang zitiertes Beispiel und das hat sich jetzt auch erledigt. Übrigens, da sieht man ja auch, dass das nicht ewig hält. Vier Jahre ist ja nicht so lang. Die meisten Präsidenten werden übrigens wiedergewählt. Also ich meine, das ist ja ein schönes Beispiel. Aber wenn die Dimension natürlich groß genug ist und die Distanz groß genug ist, wie zu einer Wahl, also Bevölkerung, die einen wählt, dann ist ja auch nicht ganz so auffallend. Da gibt es ja auch andere Mitspieler, da gibt es viele Entscheider, die treffen ja nicht die Entscheidung im täglichen Leben. Also folgt dessen, wenn ich weit genug weg bin und nur Ausschnitte sehe, dann kann ich schon das Gefühl haben, wie auch viele Wähler dieser Leute, das ist aber eh super, weil der ist ja eh. Wenn ich näher dran bin und da sieht man auch zum Beispiel jetzt, wie viele Leute dort gekündigt haben im Weißen Haus, wie viele weggegangen sind, wie viele ausgebrannt sind, wie viele er gefeuert hat. Also da sieht man ja, was passiert, wenn diese dunkle Draht in einem Naheverhältnis ist. Und das sieht man in Firmen zum Beispiel, wenn du da einen extrem argen Topmanager hast und mir fällt immer ein, lang genug ist her, ein gewisser Herr Lopez, das war der Superstar, das war der große Hero, wie General Motors und Opel enden, wissen wir eh, wie es denen nachdem Herrn Lopez gegangen ist. VW war schlau genug, das rechtzeitig zu erkennen und den Herrn wieder loszuwerden, aber das war der Shootingstar, er erreicht seine Ziele, ja klar, kurzfristig. Es ist nicht nachhaltig, es ist nicht angenehm. Die Leute, die was auf sich halten, die einen Selbstwert haben, die auch Ansprüche haben, die gehen. Und jetzt kommt etwas und das ist auch meine Hoffnung, meine Generation, der Boomer, ist so erzogen worden, dass wir das aushalten und dass das Teil des Lebens ist. Die neuen Generationen lassen sich nicht gefallen und gehen. Und da gehen nicht die Dümmsten, sondern die Besten und die Schlausten und das spüren die Firmen. Und dann hast du plötzlich einen extremen Churn bei Top-Leuten, bei Fachleuten, bei Experten, alle im Alter zwischen 20 und 30, die sagen, danke, nein, mit so jemandem will ich nicht arbeiten. Und jetzt erzeugt das natürlich viel mehr Druck auf Aktionäre, auf andere Stakeholder, auch Kunden, die dann sagen, wollen wir das jetzt wirklich? Das heißt, je näher du bist, auch in Familien, der Patriarch früher in einer Familie, das war legitim, da gab es den Herren XY und meistens Männer, die da gesagt haben, was lange geht, alle haben das getan, die Kinder, die Frau und alle und das war so. Spielt es nicht mehr. Also es verändert sich was. Was sagst du denn, Ron, ich habe es natürlich etwas überspitzt formuliert, mit dem Erfolgreichsein mit der dunklen Trainer, du hast da gesagt, wenn sich so jemand vorstellt, den würde ich einstellen. Wenn du jetzt in einem Training so jemanden vor dir hast, du hast es gerade im Grunde schon gesagt, du sagst ihm dann, das ist aber nicht nachhaltig. Klar wirkt das erstmal gut, aber nachhaltiger wäre es, jemanden einzustellen, der Fürsorge, ist glaube ich die schöne deutsche Übersetzung für Care, glaube ich, den Fürsorger hat, der nachhaltig denkt, um dann eben potenziell sehr, sehr gute Mitarbeiter zu halten. Ist das dann ein Einstiegsweg? Denn die Denke, in meiner Wahrnehmung, ich arbeite ja auch schon so ein paar Tage meines Lebens und habe auch den einen oder anderen Führer in meinem Leben gehabt, wo ich dann weggegangen bin, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist es auch mal gewesen, ich bin jetzt im Burnout, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt hole ich mir was anderes, weil daran bin nicht ich schuld, sondern du bist daran schuld. Super Beispiel, ja. Hast du das Gefühl, dass du immer mehr auch bekommst oder gehst du auch, also das wäre jetzt die Frage, sind deine Trainings erfolgreich, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du rauskommst. Hast du auch Leute, die dann irgendwann sagen, boah, also Herr Thomas, das sind ja schöne Ideen, aber so kann ich doch meinen Laden nicht führen? Ja, auch das passiert, klar. Ich denke, dass die, die der Meinung sind, das ist der richtige Weg und nur so geht es, auch mit mir nicht arbeiten, klar, also da kriege ich keinen Auftrag, die kommen gar nicht auf mich zu oder auf meine Firma, auf die AGO, sondern die reden mit uns gar nicht. Dann gibt es welche, die reden mit uns, da bieten wir was an, aber wir kriegen es nicht, weil denen genau das zu sehr in diese Richtung geht und die sagen, ah, soziale Romantik und was ich mache. Aber die, die es nehmen, die haben einen Leidensdruck und das ist genau das, was du ansprichst. Dadurch, dass sich die Welt, die Gesellschaft, die Generationen ändern. Davon bin ich fest überzeugt und das sieht man. Und Leute, wie du sagst, ich danke, jetzt habe ich meinen ersten Burnout gehabt mit 30, ich will nicht mehr, so nicht. Und ich weiß, dass nicht ich nur daran schuld bin, ich habe meine Anteile, aber die anderen auch. Und so wie das in der Firma zugeht und wie man da, pff, mag ich nicht, da kriegen die auch Leidensdruck. Und ich erlebe dann auch Führungskräfte drinnen, die natürlich am Anfang sagen, kann ich alles, weiß ich alles, aber irgendwann dann sagen, ja, stimmt schon, also Fluktuation und es ist schon mühsamer mit diesen neuen Generationen und die sind anders. Und da merken die plötzlich, so geht es nicht. Und dann kriegen die Leidensdruck. Der Leidensdruck von denen ist ja da. Man braucht ja nicht glauben, dass Donald Trump keinen Leidensdruck hat, nur nach außen sieht man den ja nicht. Und er wischt ihn ja auch weg mit seiner Art und Weise, wie er es tut. Aber in einer Firma merkst du das viel hautnah. Und wenn dir dann die Leute davonrennen und wenn du das mitkriegst und es gibt ja auch immer mehr Instrumente, die 360-Grad-Feedback, Engagement-Service, da sind Firmen, passiert ja das viel mehr als in politischen Systemen, dann kriegen die das mit. Und dann merke ich auch in den Seminaren, dass die oft sehr intelligente Menschen sind. Ich sage oft, nicht alle, aber intelligente Menschen sind natürlich verstehen, das ist nicht gesund, weder für sie, als andere. Und wenn ich das dann anspreche und sage, na, wie ist denn das so in der Familie und wie ist denn das so mit den Kindern, die reden die noch mit Ihnen und wie ist denn das so und dann kriegst du die auch, dass sie drüber nachdenken. Und der Kern, den wir auch im ersten Buch haben und auch hier wieder kommt, emotionale Intelligenz, ist etwas, das du entwickeln kannst. Und wenn du sagst, jetzt schau dich mal in den Spiegel, ist das das, also ich habe ein gutes Beispiel in einer Firma, wo es genau um eine Veränderung geht und dieser Manager ist über 50 und ich arbeite mit ihm schon sehr lange und der hat sich wirklich massiv verändert. Aber einer der wichtigen Punkte, in dem ich die Frage gestellt, was ist die Legacy, die du haben möchtest? Was sollen die sagen, wenn du weggehst? Sollen die sagen, boah, super und das war toll und schade eigentlich und da gibt dir ein normaler Mensch nicht die Antwort, ja, ja, mir ist das egal. Ja, natürlich sollen die sagen, es war toll und ich war erfolgreich und so. Genau. Aber dann musst du dir ein bisschen anders verhalten als bisher. Das heißt also, so eine Selbstreflexion ist da auch möglich. Das heißt also, jemand, der in eine dunkle Richtung unterwegs ist, hat auch die Möglichkeit, mit ein bisschen Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst dann wieder zurückzukommen und sozusagen den Weg wieder zurückzugehen? Wenn es jemand gibt, der den Spiegel aufstellt und der sich traut und das ist, je mächtiger du bist, mächtigster Mann der Welt, Schlagwort, da zeigt dir keiner mehr den Spiegel, weil wenn du das einmal tust, bist du weg. Weil die Typen reagieren natürlich aus dem Frag, dann sagen, Blödsinn und was glauben Sie, ich bin erfolgreich. Mir hat er meinen Oligarchen in einem Ostland gefragt, wie ich mit ihm über sowas gesprochen habe, sagt er, wie viel verdienen Sie? Sag ich, wieso ist das wichtig? Naja, ich verdiene Millionen, Sie nicht, also wieso wollen Sie mir erklären, wie ich meine Firma führe? Da habe ich gesagt, okay, danke, das war's, wir arbeiten nicht zusammen. Also, wenn du bereit bist, geht es nur über den Spiegel. Wir können andere Menschen nicht verändern. Die können sich nur selbst verändern. Wir können es nicht tun für sie. Aber da kannst du den Spiegel aufstehen und sagen, schau rein, ist das das, was du sein willst? Ja, oder nein? In diesem Sinne bieten wir im Buch auch mehrere Spiegel an. Genau. Wir sprechen ja über unser schöner Buch. Und zwar in Form von mehreren wunderbaren Selbsttests, die erklären können, wo stehe ich, wer bin ich und wer will ich eigentlich sein und wie komme ich dorthin? Das sind zum Beispiel Tests wie, wie dunkel ist meine Persönlichkeit oder wie reagiere ich unter Druck, unter Herausforderungen, unter Besonderen, was sind so meine Stressmuster, welche Hintergründe gibt es für meine Motivation, warum tue ich überhaupt das, was ich tue, was treibt mich an, was will ich überhaupt erreichen, wie schaut es mit meinem empathischen Vermögen aus oder eben meiner Fähigkeit und Willigkeit zur Selbstreflexion. Das wären so Ansatzpunkte. Und da kann man dann auch wirklich mit sich selber arbeiten. Also dieses Buch trifft eigentlich mehrere Möglichkeiten, aktiv diesen Weg zu beschreiten, von der eher dünkleren Seite oder vielleicht auch unbewussten Vorgehensweise hin zu einer bewussteren. Was ist das Ziel des Ganzen? Letztendlich ums Bewusstsein, dass egal wie ich bin, und das betrifft jetzt nicht nur Führungskräfte, sondern ganz normale Menschen, egal wer ich bin in der Familie oder ob ich, ich weiß nicht, als Lehrer irgendwo vorne stehe, es ist völlig egal, ehrenamtlich Vereine führe, mit irgendjemandem umgehe. So wie ich bin, das hat eine Wirkung. Also wir alle sind so, wir sind Resonanz-Bubbles. Und mit wem will ich denn und wie will ich denn wirken? Also in was für einer Art von Welt will ich leben? Und gerade wenn wir gestresst sind und uns nicht kennen, dann ist die Tendenz hoch, dass wir in den Regress gehen, dass wir alte Muster hochfahren, dass wir abwehren, dass wir etwas nicht wissen wollen, ignorant sind, aggressiv werden etc. Da fangt es eigentlich schon an. Da kann ich schon ansetzen, um an mir und mit mir zu arbeiten, um anders agieren zu können. Und dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl von Möglichkeiten, hier das Licht in einem selbst zu entfesseln. Und ich glaube, da ist ein wesentlicher Punkt, du kriegst Menschen nicht dazu, dass sie sich verändern, wenn du sie attackierst und ihnen sagst, du bist schlecht, du bist böse, du bist fuhr, du bist dunkle Träte, das geht gar nicht und so und jetzt musst du dich ändern, so geht es nicht. Also das sind erfolgreiche Menschen, die haben etwas geleistet, die sind bis dorthin gekommen, teilweise auch mit beachtlichen Erfolgen, muss man ja welcherweise sagen, und das gilt es anzuerkennen und zu sagen, okay, bis hierher bist du gekommen, das war super. Wie möchtest du sein? Versuch eine bessere Version von dir selbst zu sein. Und wenn die Leute bereit sind, dass sie darüber nachdenken und dieser Keim, den wir setzen, auch im Buch, anfangen zu sichern und zu sagen, ja, das stimmt schon, natürlich bin ich erfolgreich, aber ist es das Leben, was ich haben will? Möchte ich das, Leute? Und wie ist meine Zukunft? Und was ist in zehn Jahren? Und dann bin ich in Pension und jetzt, wenn ich Führungskräfte sind ja oft dann auch schon ein gewisses Alter und dann kennt mich keiner mehr und dann redet keiner mehr mit mir und dann habe ich keine Freunde und dann bin ich nur mehr der, will ich das? Nein, will ich nicht. Und in der Firma, wenn sie mich sehen, gehen sie weg. Also kenne ich auch solche Fälle, wo dann die alten Eigentümer wieder zurückkommen und jeder dreht sich um und geht. Wenn wir jetzt so langsam ein ganz bisschen mehr zur hellen Seite der Macht kommen, wir haben ja jetzt gerade schon über die negativen Konsequenzen einer dunklen Führungspersönlichkeit auch für die Geführten gesprochen. Wie ist das denn? Stellt eine helle Führungspersönlichkeit Herausforderungen an die Geführten? Müssen die sich dann, wenn jemand umdenkt und anfängt, sich zu verändern, sich mitverändern? Ist das schwierig oder gibt es da so eine Übergangsphase? Also vielleicht noch ganz kurz, ich habe so ein bisschen das Bild vor Augen, wenn man jetzt einem dunklen Herrscher versucht, Empathie beizubringen und der kommt dann plötzlich nach so einem Training am Motorform ins Büro und geht zu jedem Mitarbeiter und sagt, na, sagen Sie mal, Herr Waschkau, wie geht es uns denn heute? Sie sehen, du bist angespannt. Also dann sitzt ja der Mitarbeiter, der hat ihn ja vorher anders kennengelernt. Da hat er gesagt, um Gottes Willen, was habe ich gemacht? Ich habe Angst. Das ist mir so ein bisschen Kopf geschossen. Also wie funktioniert so diese Implementierung des neuen Stils? Das ist wirklich eine spannende Frage, über die wir so ein bisschen umgeserzt haben in der Vorbereitung. Möchtest du zuerst? Oder soll ich? Möchtest du? Ja, ja. Ja, sag. Ja, ja, klar. Ladies first. Also bei einem sinnvollen Training oder auch Coaching beginnt man nicht ausschließlich damit, was nach außen hin passiert, sondern vor allem damit, was nach innen passiert. Ja, genau. Das heißt, ich sage also jetzt nicht, gehen Sie doch mal und grüßen Sie alle und schauen Sie ihnen dann noch mal in die Augen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist wirklich die Arbeit an sich und mit sich selber, denn jegliche Beziehungsfähigkeit beginnt bei der Beziehung zu uns selbst und bei der Wahrnehmungsfähigkeit und allein schon, wie jemand geht, steht, wie er schaut. Noch vor jedem Wort, vor jeder Geste hat er eine Wirkung, ja, hat eben das Klima, den Geschmack, die Atmosphäre von Achtsamkeit, von Dasein, von Präsenz, ja, von Offenheit oder eben nicht. und mit diesen Kleinigkeiten ist es viel effektiver zu beginnen als mit jetzt den Schritten, die eigentlich nur Symptombekämpfung sind. Das wäre so mein erster Ansatz. Und wenn du ja auch in Richtung der hellen Triade schaust, dann ist ja dieses erste und zentrale Punkt, wenn man es so sagen kann, dieses reife Selbst und es beginnt immer zu sagen, wer bin ich? Und wenn man emotionale Intelligenz hernimmt, dann ist die erste und wichtigste Fähigkeit sozusagen emotionale Selbstwahrnehmung. Wie funktioniere ich? Welche Wirkungen haben? Welche Emotionen habe ich? Wie wirken sich die auf andere aus? Wann kriege ich diese Emotionen? Warum reagiere ich so? Das beginnt mit sich selbst. Und das ist einmal der erste und spannende Teil. Und wenn es dann darum geht, authentisch zu sein, und das ist ja ein ganz spannendes Wort, dann ist den Führungskräften ja sehr schnell klar zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht hingehen und das tun, was du ja so schon beschrieben hast, was ja auch passiert und auch immer wieder passiert ist. Sie brauchen ja nicht glauben, dass das nicht passieren kann, sondern dass man auch wirklich sehr bewusst mit denen drüber arbeitet und sagt, okay, und Vertrauen ist etwas, was du aufbauen musst, aber das braucht Transparenz. Und dann macht es schon mal Sinn, halt zu sagen, okay, ich bin draufgekommen, das ist nicht. Und sich auch zu erklären, warum wir jetzt anders sind und nicht nur hingesehen und diese empathischen Fragen zu stellen, die auch sinnvoll machen, was übrigens der zweite Faktor der hellen Triade ist, empathisch zu sein und das zu entwickeln. Aber man muss ja auch natürlich transparent genug sein und den Leuten zu erklären, ja, ich habe ja bekannt, das ist nicht und sorry, ich habe vorher einige Fehler gemacht und ich versuche das jetzt nicht zu machen. Und wenn ich es zweimal von zehnmal schaffe, es anders zu machen, dann ist das schon gut, aber jetzt seid es nicht so und reagiert es gleich, wenn ich wieder zurückfalle. Das passiert. Also ich glaube, der Prozess ist es, der es ausmacht und dieses, und dann braucht es auch die Leute natürlich, die das akzeptieren. Das ist schon, also du hast schon recht, wenn die Umwelt nicht will und das merken wir ja auch bei Drogenabhängigen und was immer auch, wenn das Umfeld nicht mitspielt, sondern sagt, na bitte, du wirst doch ein Glas Wein trinken und eine Zigarette geht doch schon noch, dann geht es auch nicht und dann fallen die auch wieder in die Muster zurück. Also das braucht natürlich beide und vielleicht noch ein ganz kurzer Satz zum Thema Leadership. Leadership ist nichts Hierarchisches. Leadership ist auf jeder Ebene, in jeder Situation möglich. Es ist eine Einstellung, eine Grundhaltung, keine Hierarchie. Davon sind wir felsenfest überzeugt und das leben wir auch. Leadership kann jeder zeigen. Es hat nichts mit Position zu tun. Position und Leadership gehören zusammen, aber ich kann auch Leadership zeigen und Dinge verändern und damit kommt die Dunkeliterate auch dort ins Spiel, wo wir nicht Führungskräfte sind. Der Fachexperte, der Kollege, der die Leute niedermacht, der alles besser weiß. Also es ist nicht nur so, dass Dunkeliteraten immer die Manager oder die Politiker sind, sondern die findest du in der Beamtenschaft, die findest du bei Lehrern. Gutes Beispiel, kann sich jeder von uns vielleicht erinnern. Schüler Gerber ist auch eine gute Literatur dazu, wo man eine wunderschön beschriebene Dunkeliterate sieht bei dem Lehrer. Also das ist überall. Das heißt aber doch, dass ihr im Grunde genommen, du hast es schön gesagt, Dana, und du hast gerade auch beschrieben, Ron, erst mal erkenne dich selber zunächst mal. Das ist ja erst mal das Einfallstor. Und du hast im Nebensatz gesagt, Ron, arbeite ich schon seit vielen Jahren mit. Damit allein ist es dann ja nicht getan, weil nehmen wir mal jetzt den Idealfall an, jemand beginnt das zu erkennen und sagt, da bin ich und da mache ich Fehler und da muss ich anders agieren und beginnt erst mal auf sich selber genauer zu schauen, dann ist es ja unvermeidlich, dass er dann in seine Organisation anders schaut. Egal, ob es die Familie ist, egal, ob es die berufliche Umgebung ist oder vielleicht auch die politische Umgebung, das kann man ja vom Kleinen ins Große natürlich ziehen. Und dann fallen plötzlich genau die Dinge auf. Kollege Schneidereit ist immer derjenige, der allen übers Maul fährt und seine Idee ist die beste, die ist aber gar nicht die beste, aber wie begegnen die? Das heißt, da geht dann die Arbeit noch mal weiter, erst mal sich selber erkennen und dann kommen die wieder und sagen, Herr Thomas, jetzt müssen wir dringend noch einen Workshop machen. Ich bin jetzt so, glaube ich, weiß ich, wo ich mich befinde, aber ich habe folgende fünf Mitarbeiter, wie gehe ich denn jetzt mit denen um? Ist das ein Szenario, was realistisch ist, was dir passiert? Ja, passiert und das ist genau der Punkt, wo du punktuelles Arbeiten, Einzelcoaching, hilfreich ist für eine Person, aber es geht darum, das System mitzuentwickeln, auf nächsten Ebenen auch zu arbeiten, ein Verständnis zu erzeugen und damit bist du beim Thema Veränderung von Kultur und solange der Rust Belt in Amerika glaubt, sie sind vergessen, abgehängt und schlechtere Menschen und werden nicht wahrgenommen, solange werden die jemand wie Trump wählen, solange Leute in der Türkei der Meinung sind, wir schauen auf sie runter und wir sind der Meinung, sie sind besterfalls irgendwelche komischen Arbeiter, die bei uns in Deutschland und Österreich arbeiten, aber sonst nichts und wir tun da auch so immer abwerten und unser Kanzler kann ja das besonders, indem der Balkan jetzt schuld ist an unserer Corona-Geschichte und die Migranten schuld sind, solange wir das tun, werden die sich nicht wertgeschätzt finden und solange werden die halt natürlich dann auch reagieren. Also es geht immer um System und Veränderung von Kultur über die Veränderung von Mindset und Einstellungen. Jetzt haben wir bisher immer von oben nach unten so ein bisschen geschaut. Nana, du bist ja auch Trainerin in anderen Kontexten. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, hast du auch Menschen, die zu dir kommen und sagen, ich werde gemobbt, sie bieten Trainings an, können sie mir helfen? Hast du solche Trainings auch oder machst du solche Trainings in deiner Berufswelt nicht? Das ist interessant, welche Leute zu mir finden. Das sind interessanterweise seltener die Opfer, eher, würde ich jetzt sagen, mal die Täter oder die Retter, um diese Trilogie zu bemühen. Ich habe allerdings, und wir beantworten das auch im Buch, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man mit schwierigen Leuten umgeht, ja, also wie man mit Narzissten, Machiavellisten und Psychopathen umgehen kann. Diese Möglichkeit gibt es schon. So von meinen Trainingserfahrungen bin ich eher in der Persönlichkeitsentwicklung mit Führenden unterwegs und werde seltener eingeladen, Mobbing zu behandeln, muss ich jetzt direkt. Also wir haben natürlich in den Organisationen, die wir ganzheitlich betreuen, alle Ebenen und das passiert aber auch dann natürlich von oben im Sinn von, so wie du es auch beschrieben hast, also das macht schon Sinn, uns in einer VUCA-Welt anders zu werden, agiler zu werden als einer der Schlagworten und Antworten auf eine VUCA-Welt, Empowerment, weniger, Top-Down und so weiter und da geht es natürlich auch um die Mitarbeiter und da gibt es übrigens ein ganz neues Konzept, das sehr spannend ist, nämlich das Follower-Ship. Leadership ohne Follower-Ship geht nicht. Ich kann Leadership nicht zeigen, wenn die darunter schauen, ich will nicht, sag mir, wie es geht. Schaffe mir an und ich mache es, aber ich denke nicht mit. Also wenn Follower-Ship nicht passiert, dann ist Leadership sehr schnell wieder autoritär. Dann steht dieses Führungsvakuum, der Führende sagt, naja, mach doch mal und die da unten sagen, aber sicher nicht, weil wenn wir es nicht so machen, wie du willst, ist uns bisher immer der Kopf abgeschlagen worden, also wir machen mal gar nichts und dann wird es dem oben zu langsam, dann haut er wieder drauf und die darunter sagen, ja, das haben wir eh damit gerechnet, dass du wieder so bist, wie du immer warst. Also da ist schon wirklich und das ist ein Prozess und das geht nicht von einem Tag am anderen und das ist extrem mühsam. Daher politische Situation, ganz, ganz schwierig in schwierigen Krisensituationen zu sagen, Leadership ist anders, ist eigenverantwortlicher, wenn man sieht, wie Leute reagieren auf die jetzige Situation, das Thema Eigenverantwortung ist schon ein sehr spannendes. Also das heißt, die Zuführenden, die Follower müssen auch folgen und wollen und Verantwortung übernehmen und damit Leadership zeigen und jetzt kriegst du die Spirale hin. Leadership brauchst du in der Bevölkerung auch. Die Leute müssen sagen, ich höre nicht nur auf die Politiker, sondern wir entscheiden selber, wir tun, wir denken mit und wir feiern nicht eine Corona-Party, weil am Mitternacht erst der Lockdown ist. Und den dürfen wir noch. Was? Ich meine, echt jetzt? Der Virus kommt nicht um Mitternacht. Wir machen trotzdem riesige Prate. Passiert in Amsterdam, passiert in Wien, passiert in Berlin, überall. Und das Virus macht zu Weihnachten fünf Tage Pause. Sicher, natürlich. Was wir ja gerade haben. Oder wir suchen die Lücke. Ja, ja, genau. Wir dürfen nicht machen und so weiter. Und auf einmal die Würstelstandeln in Wien, die offen haben dürfen, schenken plötzlich Punsch und Glühwein aus. Und du sagst, was jetzt? Es gibt keine Punschstände. Na, der Würstelstand verkauft halt dann Punsch und die Leute nehmen es und stehen zehn Meter entfernt und sagen, ja, ja, da dürfen wir ja. Wie kleine Kinder. Also das ist... Ja, ja, verstaunlich. Aber dann ist doch euer Buch auch für die geführten, für die Follower eine Riesenhilfe, weil sie dann in der Lage sind, wenn sie das sich angeschaut haben, erst mal überhaupt zu erkennen, habe ich es denn mit solchen Leuten überhaupt zu tun in meinem persönlichen Umfeld? Wie sind die Mechanismen, die da ablaufen? Und wie kann ich persönlich einen Weg finden, damit umzugehen, oder? Ja, und vielleicht noch ganz kurz ergänzen, was ich so schön finde. Also ihr kommt ja am Ende des Buches auch noch mal auf die Implikationen für Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik natürlich zu sprechen. Also da sieht man ja schon, das betrifft alles. Und was sich da wieder aufdrängt, und wir haben in der Vergangenheit insbesondere mit dir, Jana, ja auch schon über Europa und Demokratie gesprochen, wir kommen nicht umhin, dass wir alle irgendwie verantwortlich sind. Das ist ja furchtbar unangenehm. Also jeder muss ja natürlich auch Verantwortung tragen, egal wo er sich gerade befindet. ist das so der Epilog, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, so wie ihr das ja am Ende sagt, ja gut, aber wir müssen alle verantwortlich ein bisschen auch sein. Selbstverantwortung, Mitverantwortung, Verantwortung für das große Ganze, das sind so die drei Ebenen, um die es geht. Das ist auch so ein bisschen die Mission, auf der wir uns, glaube ich, befinden. Ich glaube, für dich auch mitsprechen zu können, Ron. Und gerade für Europa gilt das. Wobei es sehr spannend ist, Führungskräfte haben hier eine sehr starke Vorbildfunktion. Sie können einen Resonanzraum, eine Bubble, wirklich aktiv gestalten. Durch das, was sie vorleben, die Kultur, die sie vorleben, die Art und Weise, wie sie mit Menschen umgehen, beeinflussen sie andere automatisch, geben einen gewissen Ton vor. Das geht eben in der Politik genauso wie in der Zivilgesellschaft. Und wenn wir uns Greta Thunberg anschauen, als vielleicht umstrittenes Beispiel, das ist ein Mädchen, das klar Sache gesagt hat, ja, auch durch ihre Art und Weise, wie sie die Welt wahrnimmt, extrem sachlich, extrem klar und durchaus auch mit einer Rhetorik, positiv empfunden wird, sondern wir fahrt da echt hinein. Aber es zeigt eine gewisse Wirkung. Also das geht auch als Zivilperson. Gerade in Europa sehen wir zum Beispiel, dass hier etwas passiert, was sehr spannend ist, finde ich, nämlich Führung in Leadership Teams beziehungsweise in verschiedenen Gremien, die miteinander interagieren. Also das sind dann nicht mehr Einzelpersonen, die vorne stehen und sagen, wo es lang geht, sondern es sind eben Zusammenschlüsse. Das ist eine Geschichte, an die wir Bürgerinnen und Bürger uns vielleicht erst gewöhnen müssen, dass wir miteinander unsere Welt gestalten. Nicht jeder gegen jeden. Es geht nicht ums, wie kann ich gewinnen, Recht haben und besser sein und irgendwie mehr darstellen, sondern wie können wir gemeinsam gut leben, wie können wir gut miteinander auskommen in aller Unterschiedlichkeit. Da sind wir, finde ich, ein großartiges Pionierprojekt in Europa. Da hat jede einzelne Bürgerin, Bürger was zu sagen. Ohne aktive Zivilgesellschaft wird das nicht funktionieren. Wir müssen auch wirklich aufstehen, wenn zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Säkularität, Menschenrechte hier irgendwo mit Füßen getreten werden, dass da geht es wirklich um jeden Einzelnen, der sagt und jede Einzelne, die sagt so nicht. Letztendlich geht es um uns und wir führen die Welt. Ja und das auf allen Ebenen. Also ihr beschäftigt euch ja sehr viel auch mit Social Medias und mit den Auswirkungen von Fake News und von dem, was die Leute dort schreiben und so weiter und da ist derselbe Punkt. Da geht es auch um Leadership, da geht es um den Einzelnen, der sagt, ich nehme jetzt, ich kriege eine Nachricht und ich hinterfrage die und überlege mir, woher kommt die, mache ein bisschen Recherche, finde raus, was das ist, mache mich schlau und komme darauf, oh, das ist wieder irgend so ein Schwachsinn, der daherkommt, dann ist oder ah, das ist doch richtig, bin offen, bin bereit, mich auseinanderzusetzen mit diesen Dingen und auch Verantwortung zu hören, meinen Freunden das zu erklären, mit denen drüber zu reden und nicht zu polarisieren, sondern auch zuzuhören, auch wenn es nicht, und natürlich gibt es für alles Grenzen, ja, also ich meine, aber mich trotzdem damit auseinandersetzen zu wollen, sei es politisch, sei es in Social Media, sei es in meiner Organisation, in Firmen, ist ganz egal und die Verantwortung zu übernehmen. Nur das ist halt gerade in Zeiten, wo man Angst hat, schwierig, weil da hätte man schon halt gern und wir sind eine Gesellschaft, die archaisch sich entwickelt, hat von einer, wenn man sich Organisationsformen anschaut, sehr klassische Stammesorganisation, wo es einen großen Vater gibt, der dann halt gefressen wird später, okay, das ist eine andere Story, aber wo wir uns sehnen nach dem einen oder der einen und wo wir halt hoffen, dass uns Papa und Mama sagen, wie es geht, das hätten wir schon gern und Erwachsenen werden tut weh, weil da muss ich eigene Entscheidungen treffen, aber das gilt politisch, das gilt in Organisationen, das gilt privat, das gilt in Social Medias zu sagen, also die Eigenverantwortung abzugeben, ist schon schwach und zu sagen, wir brauchen jemanden und den wählen wir halt und der macht es für uns, ja, der müsste einen Preis dafür zahlen, nämlich der heißt dann, der macht es auch dann für euch, ob es euch passt oder nicht. Also sollten wir am besten als Gesellschaft oder jeder Einzelne von uns ein bisschen die Anteile der hellen Seite der Macht in uns vereinen oder pflegen und erst mal entwickeln, damit es der Gesellschaft ein bisschen besser geht. Auch bei anderen ansprechen. Und wenn du dir die drei Faktoren ja anschaust, dann ist das dieses dieses reife Selbst ist ja nichts anderes, als was mit der Psychologie ist, wie man sagt, nimm dich mal wahr, mag dich selber, mit all deinen Stärken und Schwächen anerkenne dich und liebe dich selbst. Empathie ist, verstehe, was abgeht, lieb die anderen, sei offen, mag Menschen, krieg das mit und diese Gewissenhaftigkeit, die dann in Verantwortungsbewusstsein geht und zu sagen, aber hab ein Gewissen in der Richtung, aber auch im Sinn so, sei gewissenhaft in dem, was du tust, reflektier dich, überleg dir das, übernimm Verantwortung, mach sinnhafte Dinge. Ja, das ist schon eine Option, die man dieser dunklen Dreiecke gegenüberstellen kann, die vielleicht jetzt nicht im ersten Schritt so dieses Wu-Hu ist, aber ich meine, jetzt, wenn man sich hernimmt, mir gefällt immer da so ein Begriff, der aus dem Jazz kommt. Wenn Sie Jazzmusiker treffen, die sich noch nie getroffen haben, können die miteinander spielen. Das geht bei anderen Musikarten nicht. Aber da gibt es ein Grundprinzip dahinter und das heißt, make the other shine. Und drum, eure Frage am Anfang war, wieso sieht man die nicht so? Genau aus dem Grund, weil wenn ich euch hervorhebe, dass ihr scheinen könnt, dann bin ich nicht so wichtig. Und in den agilen Konzepten dreht sich die Führung um. Die Führungskraft dient den Mitarbeitern, dass die erfolgreich sein können. Dann bin ich viel erfolgreicher, wenn zehn Mitarbeiter erfolgreich sind, als wenn nur ich erfolgreich bin und die mir dienen müssen. Dass die Pyramide muss sich umdrehen im Denken, wie im Jazz, wenn du ein Solo spielst, dann tun wir alles, damit du isolieren kannst. Und wenn ich dann anfange an Solo spielen, dann tut ihr alles, damit ich das machen kann. Und wir grätschen nicht rein und übernehmen und so weiter. Und ich glaube, das ist die spannende Herausforderung für die Zukunft. Ihr habt ein sehr, sehr schönes Bild. Das werde ich mal mitnehmen und wahrscheinlich demnächst zitieren. Mal gucken, ob ich ehrlich zitiere, weil ich glaube, das muss ich dann machen. Und sehr schön das Beispiel mit den sozialen Netzwerken. Da will ich nochmal einen Bogen schlagen. Das ist ja das, was wir jetzt in fast 300 Podcast-Folgen, die wir bald gemacht haben, Leuten nicht unsere Meinung zu oktuieren, sondern letztendlich zu sagen, hier ist ein Angebot, so kannst du selber recherchieren, so kannst du dir selber dich der Wahrheit nähern, wenn man das denn überhaupt kann. Frag nicht uns, was richtig ist, sondern wir wollen dir nur zeigen, wie du selber dich überprüfen kannst und Aussagen überprüfen kannst. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Umdrehen und in die Verantwortung der Zuhörer nehmen. Also insofern, puh, so ein bisschen in Richtung helle Seite, wie und selber ruhig. Aber ich will noch einen weiteren Punkt aufgreifen, das passt ganz gut gerade zusammen. Ihr sprecht im Buch auch über Journalisten und das fand ich einen ganz spannenden Gedanken, dass ihr das nochmal aufgreift, weil das ist ja nochmal etwas, was natürlich zur Zivilgesellschaft gehört, was irgendwie auch zur Politik gehört, aber es ist ja nicht ohne Grund die vierte Gewalt, die man ja auch gerne zitiert, Journalismus. Was wäre euer Appell an Journalismus oder warum habt ihr ihn in dem Buch mit aufgenommen? Das fand ich einen spannenden Gedanken. Also wenn ich da vielleicht gleich darauf antworten darf, weil das ist ein Bereich, mit dem ich mich jetzt auch und in kommender Zukunft befasse. Wir machen einen eigenen Universitätslehrgang zum Thema eben die vierte Macht und wie Journalisten, Journalistinnen dazu beitragen können, dass so ein heller, ein sachlicher, ein verantwortlicher Resonanzraum auch in den Medien gelebt wird und diese Journalistinnen- Journalisten-Ausbildung aus meiner Sicht gehört ein bisschen ergänzt, um unserer Zeit gerecht zu werden. Wir haben ein klassisches Bild von Journalisten, von jetzt Qualitätsjournalisten, Journalistinnen, nämlich, dass sie sachlich, objektiv, neutral Bericht erstatten sollen, Faktenbasierte Daten zitieren, bestimmte Regeln einhalten, etc. Das ist alles gut und schön, aber wir leben jetzt in einer Welt, in der wir wissen, dass Emotion extrem wirksam ist und dass die vor allem negativen, sensationsgeilen Nachrichten einfach ganz andere Reichweiten erzielen und völlig andere Wirkungen in den Menschen auslösen, eben zum Beispiel Ängste oder Stress und wer gestresst ist, wer Angst hat, wer verunsichert ist, der lässt sich leichter emotional manipulieren und das hat wieder mit Emotion zu tun. Das heißt, es geht eigentlich aus meiner Sicht gerade um eine Weiterentwicklung der journalistischen Kompetenz, jetzt nicht nur Positive Journalism, also dass man sagt, Constructive Journalism, dass man sagt, man sollte auch irgendwie konstruktive, positive Nachrichten bringen, das meine ich gar nicht, sondern man sollte gerade mit den unangenehmen Gefühlen aktiv arbeiten. Also wenn ich eine schockierende Meldung liefere, die kann ich noch so in einem objektiven, neutralen Ton von mir geben. Das macht ja die Meldung selbst nicht neutral oder emotional unbelastend, außer es ist mir egal und das will ich auch nicht letztendlich, wenn es um furchtbare Dinge geht, dann soll man auch irgendwie damit umgehen. Das heißt, hier eine Verantwortung für die emotionale Seite, einer jeglichen Aussage zu übernehmen, das wäre jetzt der Ansatz, den ich zeitgemäß finde, hierauf auch einzugehen, zu sagen, okay, was tut das mit uns, wo starten wir also, das ist etwas, was uns betrifft, was uns berührt, bewegt, wütend macht, frustriert, hilflos, ohnmächtig, ängstig etc. Was tue ich mit dem Gefühl? Das heißt, als Journalist habe ich die Möglichkeit, aktiv dabei zu helfen, selbst zu reflektieren, wie geht es mir? Zum Zweiten, aber auch Wege aufzuzeigen durch Metakommunikation oder durch das aktive Mitnehmen. Was kann ich denn jetzt mit so einer Emotion tun? Wie kann ich damit umgehen, damit ich komme zu einem entstressten, gelasseneren Zustand, um mich überhaupt öffnen zu können für sachliche Lösungswege, für Möglichkeiten, für verschiedene Ansichten und nicht sofort in die Abwehr gehe oder in die Wut oder in das jetzt schon wieder und dir ist recht und schuld und was auch immer. In klassischen Reaktionsmustern, die also dann stattfinden, wenn wir unbewusst agieren und reagieren. Und ja, das ist also mir gerade ein ganz besonderes Anliegen und da haben Journalisten jetzt einen Riesenauftrag und gerade auch im Netz. Und ich denke, wir versuchen ja auch am Ende des Buches so eine Zukunft aufzuzeigen, was Führung in Zukunft bedeuten kann und wenn ich das jetzt auch auf den Journalismus übersetze, einerseits auf die Organisation einer Zeitung, eines Fernsehsenders, der ja nach Profitregeln agiert, der ja eine Organisation ist mit Führungskräften und mit Stars und weniger großen Stars und so weiter, dann ist diese Idee zu sagen, Impact zu erzeugen, also Wirkung zu erzielen statt reines Profitdenken oder kurzfristiges Erfolgsdenken. Also Profit ist ja dann nicht Geld unbedingt, sondern da geht es um kurzfristiges Erfolgsdenken. Ich habe eine Auflage, ich habe einen Sager hingesetzt, aber es ist keine nachhaltige Veränderung. Das ist einmal das eine. Das zweite, die Gewissenhaftigkeit zu haben, zu sagen, es geht um ein Miteinander, um ein Bridging, um ein Verbinden statt um ein Gegeneinander. Zu sagen, ey, ich kann schon kritisch sein, aber ich finde zum Beispiel in Österreich so unerträglich im Journalismus, wenn sich Parteien, Leute einigen auf einen Kompromiss, dass die erste Frage ist, aber sie haben jetzt verloren, oder? Weil sie haben auf etwas verzichtet, weil sie sagst einmal, was ist mit euch falsch, wenn wir zu zweit sind? Dann muss jeder ein Stück hergeben, damit wir zu einem tragfähigen Konsens kommen, nicht zum faulen Kompromiss. Und in dem Moment, wo ich konsensbereit bin, muss ich mir dann die Frage gefallen lassen, aha, also das Thema haben Sie jetzt aufgegeben, sind Sie jetzt gescheitert? Und ich sage, also ja, das ist kein Miteinander, so ein Gegeneinander. Und last but not least, in die Zukunft zu schauen, also Evolution, Entwicklung zu betreiben, mit dem, was ich frage oder was ich zeige, statt zu sagen, aber das war doch immer so und das ist so und das ist dieser Regress, dieses Zurückblicken. Also ich glaube, wenn das eine Handlungsmaxim ist, egal ob ich jetzt wie ihr in eurem Bereich mit Medien, Social Medias arbeite, ob ich oder die Nana mit Menschen in Firmen arbeiten oder Politikern oder mit Journalisten in Ausbildungen, egal was wir tun, aber wenn wir im Kopf haben, dass es eigentlich um Nachhaltiges, ums Ganze, ums Miteinander geht und die Ziele nicht ich bin und damit sind wir bei der Dunkelndreide, da geht es nur um eines, Ego, ich. Übrigens, in Österreich gab es ja diesen Ibiza-Skandal und man hat das sehr schön in den Interviews gesehen unserem Bundespräsidenten, der gesagt hat, das habe ich übrigens auch sehr schön gleich, glaube ich, bei unserer Buchpräsentation gesagt, der Bundespräsident hat gesagt, wir Österreicher sind nicht so und wir und Österreich und wir. Und dann kam ein Kanzler damals auf den Stage und hat gesagt, ich, 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 ich habe gelitten, ich habe erduldet, ich habe gelitten. Und wenn du dir die Frage stellst, Dunkelndreide, ja oder nein, sagst bei dem anderen nein und beim anderen, ja, ja, gibt es schon etliche Signale, also so selbstverliebt und so. Also da gibt es schon Ansätze dafür und genau um das geht. Es geht nicht um mich, aber auch nicht als Journalist oder als jemand, der irgendwas tut, auch mich nicht als Trainer oder als Unternehmer. Es geht um was anderes, es geht ums Ganze, es geht um Zukunft, es geht um etwas gestalten wollen. Und ich glaube, wenn man diese Haltung hat und es beginnt bei der Haltung, dann macht man Fehler, aber nicht dauernd und nicht nachhaltig. Wobei ich glaube, auch wichtig ist zu sagen, dass es um eine Balance geht, also um Selbstwahrnehmung und Selbstverantwortung und die Wahrnehmung und Verantwortung anderer beziehungsweise der Umwelt. Weil es gibt ja Gesellschaften, in denen das große Ganze oder das Gemeinwohl über das individuelle Wohl oder die Freiheit gestellt wird. Das würde ich jetzt so nicht quasi entgegenstellen, sondern wirklich hier die Balance aus einem gesunden Selbst, einem gesunden Beziehungsgeflecht mit der Umwelt und einer auch nachhaltig verantwortlichen Verhaltensweise, was das große Ganze betrifft. Du hast schon recht mit diesem Ego. Also ich habe die Diskussion auch in meinen Seminaren dann und ich bringe immer das Beispiel vom Flugzeug. Wenn ihr im Flugzeug fliegt, dann habt ihr am Anfang dieses Training, was ihr machen müsst, wenn ihm das passiert. Und da kommt doch irgendwann der Punkt, wo die Steuerte jetzt diese Maske runterfallen lassen und sagt, im Falle eines Druckabfalls bla bla bla, Masken. Was sagt ihr, was ihr dann tun müsst mit der Masse? Erstmal dem helfen. Genau. Und dieser gesunde Egoismus, ihr müsst auf mich schauen, richtig, erst dann kann ich einem anderen helfen. Und das ist natürlich die Diskussion mit dem Flugzeuggeflecht, wenn die sagen, ja mache ich jetzt alles, make the other shine und so weiter, heißt das ich? Nein, 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 du musst auf dich schauen, du musst mit dir agieren, damit du in der Lage bist, deinen Job zu machen. Also sprich, zuerst die Maske, dann kann es jemandem helfen. Weil wenn du es umgekehrt machst, sterben unter Umständen beide. Also positiver Umgang mit sich selbst heißt nicht unbedingt, dass man das eigene Ego über das Wohl der anderen stellt. Genau, aber es heißt auch nicht, dass ich mich unterbutte und mich aufopfere und mir die Brust aufreiße wie der Pelikan und meine Kinder ernähre. Das ist auch kurzfristig gedacht, das ist nicht nachhaltig. Vielleicht noch ganz provokant zum Ende, und ihr habt es auch schon anklingen lassen. Wie optimistisch seid ihr, dass diese Entwicklung, die ja in Ansätzen, wie wir es gezeigt haben oder besprochen haben, schon vorhanden ist, sich durchsetzt, dass die Gesellschaft sich sozusagen weiter in diese Richtung entwickelt? Also Optimismus, glaube ich, trifft das Gefühl recht gut. Hier geht es um Hoffnung, hier geht es um etwas, was man sich wünscht. Natürlich wünscht man sich es, aber es gibt auch ein paar Anzeichen, die uns Mut machen, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt schaue in Führungsebenen, wenn ich mir eine Jacinda Ardern in Neuseeland anschaue, wie sie agiert, welchen Erfolg sie eingefahren hat, wenn ich mir jetzt Joe Biden anschaue, wenn wir uns auch eine Ursula von der Leyen anschauen, die wirklich sachlich hier versucht, das Bestmögliche aus wirklich schwierigen Umständen zu machen. Also es gibt viele Beispiele, die auch Hoffnung machen. Und ich hoffe auch, dass diese Krise dazu genutzt wird, dass Menschen bewusst wird, wie Führende agieren. Also erzeugen sie ein Klima der Angst? Machen sie autoritäre Ansagen oder bauen sie andere Menschen in ihre Entscheidungen ein? Sind die Ansagen nachvollziehbar, durchdacht, nachhaltig? Oder wird hier ein System umgebaut auf eben Intransparenz, auf Nicht-Mitbestimmung, undemokratisch etc.? Also ich denke, die Krise gibt uns eine Riesenchance, genauer hinzuschauen und zu lernen. Und ja, das halte ich für real. Also es ist wirklich etwas, was passiert. Also ich sehe das auch im Kleinen, in den Organisationen, dass gerade auch die jungen Führungskräfte, aber das zieht sich durch, immer mehr das Bedürfnis haben zu sagen, wie können wir es anders machen? Wie können wir, weil die brennen ja auch aus, wenn du alles tust und alles machst und dich für alles verantwortlich fühlst und alles nur du treiben musst, überlebst du auch nicht lange. Das heißt, dich erlebst dort auch. Das Risiko, das ich sehe, ist, dass wir denselben Fehler mit diesen Menschen machen, wie mit den dunklen Triaden. Das wird projizieren, dass die unfehlbar sein müssen. Also du hast Beispiele genannt und ich inkludiere da auch die Merkel und so. Aber das Risiko ist ja immer, dass die Leute denken, ja, aber die machen ja Fehler und das war jetzt eine richtige, Entschuldigung, ja eh, das dürfen die auch. Das sind keine dunklen Triade, die unfehlbar sind. Das sind Menschen, die Fehler machen. Das sind Menschen, die sich weiterentwickeln. Also das Risiko ist ja immer, dass wir sagen, also wir müssen uns jetzt entwickeln, wo sind die, die uns zeigen und das möglichst fehlerfrei. Das wäre mehr vom Selben, sondern zu sagen, nein, wie übernehmen wir alle Verantwortung, wie lernen wir aus Fehlern, diese Continuous Improvement-Gedanke, Fehler machen, lernen. Agilität heißt übrigens, ich weiß nicht alles, ich kann auch nicht die nächsten drei Jahre planen, aber ich mache einen Schritt, ich treffe eine Entscheidung und dann lerne ich daraus und korrigiere, aber das ist genau der Prozess. Wir lernen am Prozess, wir lernen an diesem Corona-Ding, wie wir es machen müssen, wie wir es besser machen können. Wir lernen Homeoffice, wir lernen Digitalisierung, wir tun Dinge jetzt, die ich vor einem Jahr nicht nie getan hätte und die positiv sind und manche mag ich nicht und also wirklich die Bereitschaft zu lernen, zuzulassen und auch anderen Fehler zuzugestehen und das erlebe ich, das ist da und außerdem in emotionaler Intelligenz und in allen emotionaler Intelligenz und in Resilienz-Themen, schön, damit das wieder trennet, diesen Begriff, hast du immer das Thema Hoffnung, das Thema Optimismus, das Thema an die Zukunft glauben. Viktor Frankl hat sehr schön gesagt, du überlebst der KZ nicht, wenn du nicht an eine Zukunft glaubst und glaubst, dass das Sinn macht und das muss man sich einmal vorstellen, zusammen mit einem KZ und wir jammern über Corona. Ja und ich finde, ja, also da zog ich natürlich dann immer als Deutscher nochmal einmal extra zusammen, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da anführst, Ron und ich finde es sehr schön, wir sind gerade wieder auch kritisiert worden in Dingen, die wir getan haben, weil wir über Europa gesprochen haben und ich bin ein großer Freund von Europa und ich finde das prima, dass ich durch Deutschland, äh, durch Europa fahren kann ohne Grenzkontrollen und solche Dinge. Momentan nicht, aber das kommt ja wieder und es gibt dann wieder Menschen, die sagen, wie kann man das gut finden? Guckt euch die Außengrenzen an, guckt euch das Mittelmeer an, Menschen sterben, Gleichgültigkeit der Zivilgesellschaft, da kümmert sich kein Mensch drum, Europa geht gar nicht und da machst du genau den Punkt, Ron, da hast du ihn gerade gemacht, den ich hier nochmal unterstreichen will, man darf das Kind nicht mit dem Bader ausschütten. Man muss sagen, ja, da ist ganz viel im Argen, aber deswegen können wir das große Ganze jetzt nicht abschaffen, weil das ist aus meiner Sicht alternativlos, wir können ja nicht sagen, weil Fehler passieren, geressliche Fehler, die man auch mal so benennen muss, ist alles dahin, sondern da passieren noch Fehler und dann müssen wir als Zivilgesellschaft doch dahin arbeiten, dass auch das verschwindet und damit wir dann alle gemeinsam auf die helle Seite der Macht haben, was für eine Frage. Aber wir. Dass wir da alle da hinkommen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, deswegen finde ich es so schön, dass du sagst, auch Fehler dürfen auf der hellen Seite der Macht passieren, man sollte sich dann aber den Fehlern bewusst sein und dann sagen, ein deutscher Fußballer hat mal irgendwann gesagt, Mund abputzen und weitermachen. Das ist natürlich ein ganz einfaches Zitat, aber das heißt, es ist bei uns durch die Medien immer sehr dankegegeistert. Aber das ist genau, was du ansprichst, ist genau der Unterschied zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht. Auf der hellen Seite machen wir Fehler, lernen daraus und sind uns bewusst und lassen sie zu. Auf der dunklen Seite der Macht machst du keine Fehler, da gibt es keine Kritik, da werden die Kritiker geköpft, da werden die Leute gefeuert, die dich komisch anschauen und du machst keine Fehler. Trump ist extrem Feedback-Resistenz. Es jammert, er ist weinerlich, wenn er kritisiert wird, er schlägt zurück, er hält es nicht aus und er schaut sich nicht in den Spiegel und sagt, wie war dein Tag, was hast du richtig, was hast du falsch gemacht? Die Frage, was hast du falsch gemacht, findet nicht statt. Und den Fehler dürfen wir in einer hellen Seite der Zivilgesellschaft, in einer Entwicklung nicht machen, finde ich. Zum Abschließen, dieses hochinteressante Gesprächs, man könnte ja in der Zeit stundenlang eigentlich weitermachen, vielleicht von euch beiden jeweils nochmal einen Satz. Nana, ich beginne mit dir. Warum sollte man das Buch kaufen und dann nicht nur kaufen, sondern auch lesen? Ja, kaufen ist natürlich ein guter erster Schritt. Lesen, warum? Es gibt, ja, alle guten Dinge sind in diesem Fall vier, vier gute Gründe aus meiner Sicht, das Buch zu kaufen und zu lesen. Zum einen nochmal, wirklich einfach mal, nur um zu verstehen, wie schaut die Dunstern der Dunkelseite der Macht aus? Wo erlebe ich sie in meinem Alltag? Wo sehe ich sie vielleicht auch in Medien? Wie funktioniert sie? Aber auf der anderen Seite, wie schaut denn auch die helle Seite der Macht aus und wie funktioniert sie? Und wo sind auch komplementäre Seiten? Wo sind die Stärken und auch die Schwächen beider Seiten? Zum Zweiten, was hat das alles mit mir zu tun? Also, wie hell, wie dunkel, welche Ansätze gibt es da in mir selber und was will ich davon und was will ich vielleicht nicht mehr? und dann zum Nächsten, zum Dritten, wie kann ich denn wachsen? Ja, wie kann ich denn praktisch mich weiterentwickeln? Wie funktioniert das? Da haben wir ganz wunderbare Ansätze zum Verstehen, aber auch zum Tun drinnen. Wie kann ich denn auch mit dunklen Führungskräften in meiner Umgebung konstruktiv umgehen? Also, das ist wirklich ganz praktisch und zum Letzten, also insgesamt gibt es, haben wir uns das, nicht das ganze Buch ganz allein ausgedacht, es gibt ganz viel State-of-the-Art Hintergrundwissen Internationales, also es ist auch eine Essenz aus dem, was derzeit gerade gelehrt und gemacht wird, plus natürlich unseren eigenen Erfahrungen und Weiterentwicklungen und Gedanken und ja, lernt euch selber besser kennen, gewinnt neue Konzepte zum noch besseren Führen von euch selbst, von anderen, mit anderen, mit der Umgebung. Das wäre meine nicht ganz so kurze Antwort. Ein Satz hatte ich gesagt, aber das war ein langer Satz. Also ich denke, für mich sind es so drei Begrifflichkeiten, das eine ist das Bewusstmachen, wie ich bin, wie Dinge funktionieren, das zweite ist die Chance auf Entwicklung, nämlich für mich und für das System, in dem ich bin und last but not least, das Beste selbst zu kreieren, das möglich ist und ich glaube, das ist schon wert. Klingt gut. Perfekt. Vielen Dank für den Erfolg und für uns alle, glaube ich, wir hören nicht auf, optimistisch zu sein. Ich glaube, das ist ein gutes Schuss. Vielen Dank an euch. Danke, hat Spaß gemacht. Vielen Dank an euch. Tschüss. 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 Hoaxilla Interview Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.